Der hat Antriebs-Längssätze gekauft. Der eine ist der andere. Die sehen ja so schon unterschiedlich aus, oder? Hier haben wir den Durchmesser von knapp 6,5 cm. Und hier haben wir den Durchmesser von 67,5 cm. Und hier kann man sehen, wenn ich es zusammendrücke. Wenn du das kaufst und es steht passend für, das soll dafür passen, passt aber nicht. Darum pressen sich beim Anziehen der Mutter zu stark an die Radnarbe und verklemmen. So können sie nicht frei drehen und die Räder sind blockiert. Aber schön, es ist für einen Schrott.